Herzlich Willkommen bei Kreativ Chalet. Endlich kann ich aus meinem Roder Canvas Workspace etwas ausdrucken und es nachher unkompliziert und ohne langes Positionieren von meinem Plotter schneiden zu lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei jasando.ch, weil Sie mir diese Erweiterung zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank. Die Erweiterung kommt in Form von dieser Karte. Es ist eine Aktivierungskarte mit einem Aktivierungscode, den ich einmal verwenden kann. Unter Hilfe finde ich die Kontoeinstellungen und in den Kontoeinstellungen kann ich in den Premium-Funktionen den Code aktivieren. Ich muss einfach hier den Aktivierungscode eingeben, aktivieren anklicken und schon ist das Ganze aktiviert. Was ändert sich denn im Programm, wenn ich das aktiviere? Ich befinde mich hier in der Roder Canvas Desktop-Version und klicke hier auf die unterste Schaltfläche und innerhalb dieser Schaltfläche finde ich ganz neu die Möglichkeit, Registermarken anzuzeigen. Das sind so kleine Symbole, die dann in den Ecken von meiner Schneidematte erscheinen. Die könnte ich jetzt ausdrucken und die würden dann dem Plotter mitteilen, wo genau er zu schneiden hat. Wenn ich jetzt hier keinen so grossen Drucker habe, sondern nur einen A4-Drucker, kann ich das hier umstellen. Und sobald ich A4 anwähle, werden auch die Markierungen in den A4-Blattbereich geschoben und könnten dann natürlich ausgedruckt werden. Ich habe hier so Stickerbögen, zum Beispiel von Silhouette und die sind im amerikanischen Letter-Format. Und wenn ich etwas im Letter-Format habe, das erkennt man dann gut an den Millimeterangaben, die stehen auch auf der Packung, dann muss das hier eingestellt werden. Hier und nachher auch beim Drucken muss man aufpassen, dass man das richtig wählt. Und auch der Drucker muss meistens noch etwas umgestellt werden für das Letter-Material. In der Schublade habt ihr so Führungshilfen, die müssen an Letter angepasst werden. So, wie würde ich jetzt weitergehen? Ich hätte natürlich hier irgendein Design auf der Matte. Und da kann ich dann unter Datei PDF exportieren wählen, ob es eine importierte Bilddatei ist oder ob es einfach eine Plot-Datei ist, die ich hier erstellt habe. Und die kann ich dann exportieren als PDF. Und später kann ich dann natürlich dieses PDF wieder öffnen und drucken. Weil ich gerne das Silhouette Studio, die Business Edition, kombiniere mit dem Product Canvas Workspace, habe ich jetzt hier meine Sticker bereits vorbereitet. Das ist also so, wie wenn du dir Digistamps kaufst, die auch schon eine Schneidelinie haben. Und da sieht man jetzt dieser Text, der ja nicht geschnitten wird, sondern es wird wirklich nur die rote Linie geschnitten. Und das Ganze möchte ich auf A4-Papier drucken. Das stelle ich mal auf A4-Papier. Da sieht man schon die gepunktete Linie, wie die passend für A4 eingestellt wurde. Und aussen habe ich jetzt wieder diese Symbole, die ich brauche für diesen passgenauen Schnitt. Ich passe meine Datei von der Grösse her noch an. Und was mir hier auffällt, ist, dass ich fast den gesamten A4-Bereich verwenden kann. Das ist bei anderen Plotter-Softwares etwas anders. Darauf habe ich häufig recht viel Verlust. Und hier kann ich doch den ganzen Stickerbogen fast brauchen, ausser halt diese kleinen Ecken. Unter PDF-Datei exportieren exportiere ich hier nur Bilder. Also in diesem Fall wird wirklich nur das Bild exportiert. Und da gebe ich dem Ganzen einen Namen. Das wird mir als PDF abgespeichert, wenn ich jetzt das so speichere. Und wenn ich jetzt das Ganze schneiden möchte, dann muss ich dieses PDF öffnen. Also bin ich jetzt hier auf Öffnen gegangen. Das findest du in deinem PC oder wie hier in dem Mac. Und da sieht man jetzt, das PDF enthält auch diese Markierungen in den Ecken. Und wenn ich jetzt hier auf Ablage drucken gehe, dann sieht man die Einstellung, die ich jetzt hier vornehmen kann. Das kann bei dir gut etwas anders aussehen. Wichtig ist jetzt aber hier, dass ich die Grösse auf 100% stelle. Vor allem dann, wenn das irgendwo hineinpassen muss und ich das extra in einer Grösse designt habe, wäre das nicht schön, wenn das dann nicht zu 100% die richtige Grösse hätte. Ich habe das bereits eingelegt, wie du gesehen hast, und wähle jetzt hier an meinem Plotter Daten abrufen und gehe hier auf dieses PC-Symbol. Da werden mir jetzt diese Daten abgerufen und auch angezeigt. Du siehst, das ist nur die Schneidedatei. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Vorscan zu machen, um das Ganze zu positionieren. Da wähle ich jetzt dieses Symbol und das Scannen geht wirklich sehr schnell, weil er verwendet den internen Scanner. Er zeigt es dann auch auf dem kleinen Display an. Und jetzt kann ich wählen, wie ich schneiden möchte. Ich habe jetzt hier ein Stickerpapier drin. Das werde ich mit einem Halbschnitt schneiden. Der ist bereits aktiv und da kann ich das Ganze bereits starten. Der Plotter scannt jetzt noch einmal diese Markierungen, diese vier Stück, und beginnt dann automatisch zu schneiden. Also ohne, dass ich jetzt hier noch irgendwas anpassen muss, wird mir das wirklich ganz genau und exakt geschnitten. Die Sticker sind tipptopp geschnitten und jetzt kann ich die für meine Karten verwenden oder wie hier als Verschluss für ein kleines Geschenk. Das war jetzt die Möglichkeit, etwas auszuschneiden, wo es die Schneidelinien schon hat. Es kann aber auch sein, dass du etwas nachzeichnen möchtest. Ich habe jetzt hier vom Pixabay ein Vogelbild als PNG heruntergeladen, das keine Schneidelinien enthält. Und deshalb bin ich jetzt hier in der Bildverfolgung und prüfe, ob die grüne Linie auch wirklich überall passt. Da kann ich von den Farben her ruhig etwas runtergehen. Und weil ich hier gewählt habe, nur Aussenkante verfolgen, bekomme ich eigentlich eine schöne Schneidelinie um diese Vögelchen. Jetzt sind die viel zu gross. Da muss ich schnell prüfen in den Ebenen, ob das Ganze auch wirklich gruppiert ist. Ja, da habe ich das Bild und die Formen. Das ist alles gruppiert. Dann kann ich das also gemeinsam verkleinern. Und auch hier möchte ich jetzt mit einem A4-Blatt drucken. Und deshalb gehe ich jetzt wieder hier in diese Schaltfläche, wähle A4 und auch, wie wir es vorhin gesehen haben, die Registermarken. Und dann kann ich hier selbst bestimmen, wie gross das ich diesen Ausdruck gestalten möchte. Jetzt, wenn ich das so schneiden würde, dann wären diese Beinchen ganz nah geschnitten. Die wären ganz dünn. Und überall würde es mir so auf dem Vogel schneiden, weil diese Schneidelinie halt ganz anliegend ist. Und das finde ich bei Stickern meistens nicht so schön, weil es manchmal auch weisse Blitze gibt. Und deshalb werde ich jetzt hier diese Schneidelinien gruppieren, damit ich die in einem Arbeitsschritt auch verändern kann. Ich werde nämlich einen Versatz nach aussen erstellen. Und hier kann ich noch die Möglichkeiten einstellen, die ich habe. Das Abstand, ob nach aussen oder nach innen, ob das Ganze abgerundet werden soll. Und eine wichtige Funktion finde ich die Originallinie, ob die gelöscht werden soll oder nicht. Und ich wähle hier löschen, weil ich möchte ja nur noch die äussere Linie, die dann geschnitten werden soll. Und da wirklich nur aussen rum. So, jetzt sehen wir, dass hier mit 2 mm Abstand eine Schneidelinie entstanden ist. Und diese Schneidelinie, die passt. Ja, die Vögelchen sind da etwas nah beieinander, aber 2 mm passt. Und wenn ich jetzt hier das Bild wegnehme, sehe ich, was an den Plotter gesendet wird. Und zuerst exportiere ich dieses Bild natürlich jetzt als PDF, damit ich das dann drucken kann. Und so wird mir dann dieses farbige Bild auch tiptop von meinem Plotter ausgedruckt. Falls auch du diese Erweiterung hast, würde mich ganz speziell hier interessieren, wie das bei dir so klappt. Schreib mir doch in die Kommentare, ob da alles wie am Schnürchen läuft oder ob du noch Probleme hast, ob es noch weitere Tipps braucht. Ein Tipp, der für mich wirklich wichtig ist, ist, schau, welches Format ein Papier hat. Wenn es Letter hat, schalte auf Letter und auch beim Druck nochmals umschalten auf Letter. Aber wirklich eine tolle Erweiterung. Ich bin froh, dass ich sie jetzt habe. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt auch aus Product Canvas Workspace ausdrucken und schnell etwas schneiden kann, weil ich diesen Plotter wirklich sehr, sehr häufig im Einsatz habe. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Video und hoffe, dass du auch da wieder mit von der Partie bist. Dankeschön und tschüss.